Wenn du kannst mir nicht gefallen, hast dich für mich umgekehrt. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. Ich trete ein mit Schüchternheit, doch sie verliert sich mehr und mehr. Der grobe Mann sieht mich nicht an, als ob ich alt und hässlich wäre. Ich sage ihm und sehr bemess' ich, was man hier Sehenswertes nennt. Er dankt mir nicht, läuft wie besessen zur Tür, als wenn der Kopf in ihn brennt. Oh, alte Schwestern hier, dir gefühl gleich mir. Heißt das nun Achtung, sprecht von zateren Geschlecht. Oh, Welt, oh, Welt, oh, Welt, oh, Welt. Welt, du kannst mir nicht gefallen, hast dich förmlich umgekehrt. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. In frühen Zeiten nahm man bescheiden, stets eine zarte Nundfrau sich. Und man war selig, entspannend, allmählich, stets ein Gespräch, fein, sieh-dich. Man sprach von Wetter, von teuren Zeiten. Und nach und nach, jedoch ganz fein, wusst man ganz zart vorzubereiten. Von lieber neunzig Wortelein. Man reichte abgewandt den Flehenden die Hand. Er drückte, küsste sie, sank vor uns auf die Knie. Und dann, und dann, und dann, und dann. Welt, du kannst mir nicht gefallen, hast dich förmlich umgekehrt. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. Von den heutigen Männern allen ist doch keiner etwas wert. Auch keiner, auch keiner ist doch keiner etwas wert. Auch keiner, auch keiner ist doch keiner etwas wert. Ist doch keiner etwas wert. Ist doch keiner etwas wert. Vielen Dank.